So, weiteres mit einem neuen Podcast und diesmal geht es einfach um ein Thema, welches in den Medien so wieder gar keinen Anklang findet. Man hört zwar ungefähr so täglich von der angeblichen Radikalisierung von Corona-Maßnahmengegnern und Corona-Leugnern und Querdenkern und die sind ja sowieso alle rechts. Notfalls sind auch 30 Prozent der Deutschen rechts, denn sie sagen halt Nein zur Impfung. Und ja, für die Medien, für die Politiker sind alle rechts. Ich meine, es gab ungefähr so vor roundabout zehn Jahren, ein bisschen länger, zum Beispiel keine AfD, da gab es nur die NPD und da kann man relativ gut erkennen, okay, das sind Leute, die wirklich rechts sind und die wirklich dieses Gedankengut unterstützen. Das war ungefähr so zwischen ein und drei Prozent. Roundabout. Okay. Dann kam die AfD und dann waren plötzlich halt eben auch Leute, die nicht unbedingt rechts waren, sondern einfach nur unzufrieden waren mit der Politik. Für die Politik waren auch dann schon alle AfD-Wähler rechts und das sind dann einfach mal so 11,5 Prozent. Dann ging es weiter mit Corona und plötzlich sagen 30 Prozent, roundabout 30 Prozent der Deutschen Nein zur Impfung und weigern sich dagegen. Und was macht die Politik? Alle rechts. Also wir sind von ungefähr ein bis drei Prozent Rechten auf über 30 Prozent Rechten angewachsen und ich meine, warum man Politikern glaubt oder Glauben schenken sollte, das ist eigentlich sowieso so eine Frage, die man nicht beantworten kann. Ich glaube, die kann keiner beantworten. Es ist halt so ein bisschen wie das Thema mit, oder das Sprichwort mit dem Sozialismus. Man sagt das so, wer mit 20 kein Sozialist ist, der hat kein Herz und wer es mit 40 noch ist, der hat kein Hirn. Und so ein bisschen geht auch das Ganze hier und naja. Aber wir starten mal mit einem positiven Thema. 188.000 Menschen protestieren am Montag bei 1.000 Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen. Das ist definitiv mal wirklich eine extrem positive Schlagzeile meiner Meinung nach. 188.000 Menschen gehen auf die Straße und das ist einfach nur richtig. Das ist absolut richtig. Interessanterweise wird hier von 1.000 Demonstrationen gesprochen. Leider geht hier nicht hervor, wie viele das tatsächlich legal waren. Denn Funfact, auch wenn das aus den Medien immer ein bisschen anders klingt, die meisten Demos sind legal. Ja, die meisten Demos sind legal. Viele Städte wollen einfach nur Demos verbieten. Und da geht es nicht darum, um irgendwie Gesundheitsschutz, sondern geht es einfach darum, um Kritiker die Stimme zu nehmen. Und naja, man hat jetzt auch dann ziemlich bald ein Problem. Dann die Politiker sagen, hier bestünde eine Gefahr für Leib und Leben. Ich meine, man kennt es. Also die Leute demonstrieren seit zwei Jahren und die Demos sind so gefährlich, dass von diesen paar Hundert, die am Anfang demonstriert haben, einfach alle noch leben oder fast alle noch leben und 188.000 geworden sind. Ja, also von diesen gefährlichen Demos, die Leib und Leben gefährden, hört man, sieht man nicht wirklich was. Also man sieht nicht, dass die Leute irgendwie alle der Reihe nach umfallen oder dass nach jeder Großdemo irgendwie Hunderttausende Infektionen erfasst werden am nächsten Tag. Ist nicht der Fall. Also ich meine, wir wissen da sowieso draußen, Infektionsgefahr quasi null und so. Aber naja, auf alle Fälle wird man hier ein ziemlich, ziemlich... Ich habe hier mal auch wieder das Thema mit den Rechtsextremen. Es sind natürlich alles Rechtsextreme, klar. Nur mal so, was zum Nachdenken. Bei einer Demo, die quer durch die Gesellschaft geht, müssen Rechtsextreme dabei sein, müssen Linksextreme dabei sein, müssen quasi... Muss quasi jede Bevölkerungsgruppe und jede Bevölkerungsschicht dabei sein. Denn genau das zeigt eigentlich genau das, was es ist. Es ist eine Demonstration beziehungsweise ein Protest durch jede Schicht, komplett unabhängig von der politischen Heimat oder der sozialen Schicht oder sonst irgendwas. Ich meine, hier laufen Linke mit, hier laufen Rechte mit, hier laufen CDU-Wähler mit, hier laufen wirklich von jung bis alt, von 5 bis 90 Jahren laufen Leute mit. Und das ist auch ziemlich egal, wie viel oder wie wenig Geld das die Leute haben. Hier geht es darum, zu demonstrieren um den Protest und darum einfach Nein zu sagen. Denn eine wirkliche Opposition gibt es in Deutschland nicht mehr. Ich meine, wir haben eine Opposition, die aktuell zu 88% sagt, wir sind pro Impfpflicht. Also es gibt faktisch keine Opposition mehr. Denn ihr könnt euch mal überlegen, jede Partei, bis auf die AfD vielleicht, ist für die Impfpflicht. Und jetzt überlegt mal, wie viele Leute in Deutschland nicht für die Impfpflicht sind. Wir sprechen hier von 20 Millionen Menschen, die hier politisch im Bundestag nicht repräsentiert werden. Wahrscheinlich sogar über 20 Millionen. Denn laut Umfrage, je nachdem, ob Osten oder Westen, ist die Zustimmung für die Impfpflicht, selbst bei sogenannten repräsentativen und sehr glaubwürdigen Umfragen, nicht so sehr hoch. Also die Ablehnung ist teilweise bei 42%. Und dementsprechend kann man nicht mehr davon reden, dass es hier irgendwie eine Repräsentation von Politikern im Bundestag für die Bevölkerung gibt. Denn das ist nicht mehr der Fall. Und auch was Gregor Gysi zum Beispiel, Gysi, Gysi, gesagt hat, 30% der Bevölkerung haben jegliches Vertrauen und jeglichen Glauben an die Politik verloren. Und ich gehe sogar mal noch weiter und sage, sie sind nicht mehr nur nicht mehr einverstanden, was die Politik macht. Und sie sind bereit, sich dagegen aufzulehnen. Und sie sind so enttäuscht von der Politik, dass die auch bereit sind, andere Sachen zu machen. Sie sind dazu bereit, zu sagen, das ist nicht mehr mein Staat, das ist nicht meine Regierung, das ist nicht mehr mein Land. Und das sind Sachen, die die Politik verschuldet hat. Nicht die Menschen. Es war wie neben Land die Politik. Ja, gehen wir weiter. Wir haben hier mal, und das ist so einer der wichtigen Sachen, starke Anstieg von Suizidversuchen bei Kindern im Lockdown 2021. Die Suizidrate ist um 400% gestiegen. Bis zu 500 Kinder sind nach Suizidversuchen zwischen März und Ende Mai 2021. März und Ende Mai. Wir sprechen hier, ich habe gerade überlegt, ob die hier ein Ja meinen, denn hier wurde von dem Jahr 2021 gesprochen. Also wir reden hier nur von März bis Ende Mai, also zwei Monate oder so. Vermute ich jetzt mal. Ich bin mir nicht sicher. Ist nicht gerade sehr gut geschrieben. Also innerhalb von zwei Monaten sind 500 Kinder nach Suizidversuchen auf Intensivstationen behandelt worden. Kinder. Wir reden uns zum Beispiel mal so, was damals das Thema war mit Intensivstationen und so weiter. Und dass zum Beispiel auch die Auslastung der Intensivstationen angeblich so hoch wäre. Ich glaube, das ist schon mal minimal erwähnenswert. Und wir reden ja aktuell mal nur von Kindern, die prozentual in Deutschland ja keinen so großen Anteil ausmachen. Ich frage mich tatsächlich wirklich, wie, also waren wir vielleicht nicht sogar in vielen Momenten bei einem Stand, wo mehr Suizidopfer auf den Intensivstationen waren als Corona-Opfer. Denn wenn man mal überlegt, wegen Corona auf Intensivstationen sind meistens bei den meisten Krankenhäusern irgendwo zwischen 1 und 5, 0 und 5, vielleicht mal 10 höchstens. Und wenn 500 Kinder in zwei Monaten im ganzen Land, ich meine, ich kann es nicht beurteilen. Ich meine, in Deutschland gibt es relativ viele Krankenhäuser und so. Aber wenn man jetzt halt das Ganze mal hochrechnet, mal so auf die ganze Bevölkerung und so, dann ist das natürlich krass. Und ja, dann gibt es zum Beispiel trotzdem solche Leute wie zum Beispiel unseren... Wie kann ich ihn umschreiben, ohne ihn zu beleidigen und eine Anzeige zu kassieren? Und mir fällt nichts dazu ein. Wir haben diesen Typen, der sagt, dass es durch die eher strengen Maßnahmen mehr psychische Störungen als in anderen Ländern gäbe, wies er zurück. Also für Lauterbach, obwohl das Ganze mehrfach, vielfach bestätigt wurde durch Studien und Befragungen und Umfragen und Aussagen und Interviews von Krankenhäusern, dass es immer mehr Suizide gibt und Suizidversuche von Kindern, sagt Lauterbach, das stimmt nicht. Also man kann einfach nur noch sagen, Lauterbach lügt. Ja, Lauterbach lügt. Und er widerspricht ja nicht nur ohne jegliche Quellenangabe oder ohne jegliche Begründung oder irgendeine Art von Evidenz. Und einfach, dass das der Fall ist, er ignoriert damit quasi sogar jede Studie, die zu diesem Thema existiert. Und falls ihr euch fragt, welche Studie denn? Zum Beispiel hier, 2020 wussten wir schon im September. Der Effekt of Age, Gender, Income, Work, Physical Activity on Mental Health during Coronavirus Disease, Covid-19, Lockdown in Austria. Nein, das ist nicht Australien. Da hatten wir zum Beispiel, nee, jetzt haben wir hier, jetzt haben wir hier nicht mehr nur die Kinder, aber die Kinder war es, glaube ich, irgendwie bis zu 14 oder bis zu 16 Prozent waren irgendwie suizidal und so. Und über 50 Prozent sind mittlerweile depressiv. Kann ich auch nochmal raussuchen. Ich habe jetzt hier schon mal gerade die falsche Studie erwischt. Was haben wir hier overall? 21 Prozent der Österreicher haben aktuell mittelstarke depressive Symptome. Dann haben wir hier 119 Prozent. Squad above the cutoff. Okay, hier haben wir es nochmal. Ich dachte mir jetzt gerade, ich dachte mir gerade 19 Prozent, 119 Prozent. Conclusion. Okay, hier haben wir es vielleicht nochmal ein bisschen einfacher. Genau, anxiety symptoms 19 Prozent. Ich verstehe jetzt hier gerade nicht genau, warum von 190 Prozent hier gesprochen werden. Vielleicht ist auch einfach ein Tippfehler, kann ich auch sagen, weiß ich nicht. Also zumindest hier wurde ja hier wieder von einer Menge von Menschen angegeben und jetzt nicht nur von Punkten, deswegen bin ich ein bisschen verwirrt. Aber gut, also 19 Prozent haben anxiety, also Angststörungen. Ähm, 16 Prozent Insomnia, was war das Ganze nochmal? Sekunde, das mal kurz schon nachschauen. Schlaflosigkeit. Gut. 16 Prozent Schlaflosigkeit. Ich suche mal ganz kurz nochmal schnell das ganze Ding raus von... Oder war es hier sogar? Ne, ich suche es mal schnell. So, ich habe es gerade mal irgendwie gefunden. Äh, genau. Depressive Symptome haben 55 Prozent. Ähm, Adolescents sind Heranwachsende. Ähm, Anxiety sometimes haben wir 47 Prozent. Schlaflosigkeit 23 Prozent. Eating disorder 64 Prozent. Ihr müsst euch überlegen. Zwei Drittel der Kinder haben mittlerweile einfach eine Essstörung. Und es ist denen vollkommen wurscht, ja. Und ich meine, es ist einfach gewissermaßen eine Extremisierung der Politiker. Denn, oder der Politik im Großen und Ganzen. Denn in dem Moment, wo man sowas einfach komplett leugnet, sagt man einfach auch aus, es interessiert uns nicht. Ich meine, die Studien sind ja da. Und das seit langer Zeit. Diese Studien sind seit fast ein und ein Viertel Jahren da. Und das bedeutet einfach auch wirklich, wenn man es leugnet, man macht nichts dagegen. Und man wird auch nichts dagegen machen. Das ist halt einfach das Krasse daran. Suicidal ideation war 16 Prozent. Neun Prozent, ja, ich muss nochmal überlegen. Neun Prozent der Kinder, fast jeder, also jedes elfte Kind sagt, es will eigentlich jeden Tag sterben. Jedes elfte Kind in Österreich. Und mit Sicherheit auch in Deutschland. Weitere 7 Prozent sagen mehr als drei Tage in der Woche. Oder mindestens vier Tage in der Woche. Und ja, also ganz im Ernst, das ist übel. Das ist ein gigantisches, übles Problem. Aber, wie gesagt, für jemanden wie Drosten, wo haben wir ihn hier? Äh, sorry, nicht wie Drosten, wie Lauterbach. Wo habe ich denn hier das Ding? Gott ey, hier bin ich. Ähm, genau. Als Beispiel nannte er die USA, wo es reiner Ansicht nach sehr viele Tote vermeidbar gewesen wären. Natürlich sagt er es nur, weil da nicht sein Busen-Buddy Biden mit drin war, sondern halt eben noch Trump. Die Störungen seien vermutlich eher auf die Corona-Lage insgesamt, als die Schutzmaßnahme zurückzuführen. Also dieser Typ lebt in einer absoluten Scheinwelt einfach nur. Und er ist einfach, die aktuelle Politik generell, die aktuellen Politiker sind einfach nach Regierung nicht. Und wir haben hier wirklich so viele, in der ganzen Politik haben aktuell so viele Idioten drin, die wirklich keine Ahnung haben, was sie da tun, was sie sagen, was sie machen. Und sie sind einfach trotzdem unsere neue Regierung. Wenn wahrscheinlich auch nicht lang, weil das wird nicht lang gut gehen. Also ich meine, wie lang werden wir hier wirklich diese Regierung haben? Das wird nicht lang der Fall sein. Die ist bald wieder weg, da können wir uns sicher sein. Und das hoffe ich auch zumindest. Aber das ist unglaublich. Genau. Hätten wir dieselbe Sterblichkeit in England, wären in Deutschland mehr als doppelt so viele Menschen gestorben wie bisher. Ja, hätten wir dieselbe Sterblichkeit. Jetzt können wir natürlich auch einfach auf Länder hinweisen, die gar keine Maßnahmen hatten, wo einfach auch fast gar keine Leute gestorben sind. Ja, ich meine zum Beispiel auch sowas wie quasi ganz Afrika. Nur mal so rein hypothetisch. Oder zum Beispiel auch in Schweden sind nur ein bisschen mehr Leute gestorben. Und naja, ich weiß es nicht. Also, ja. So, ich habe hier noch was Schönes. Was haben wir hier? Corona bei Kindern. Kinder, die gestorben sind von Juni 2020 bis 2021. Im Mai waren 14. An oder mit Corona. Suizidversuche haben wir hier nochmal 500 allein in 2021. Also, Kinder sind von Corona nicht betroffen. Aber sie sind von den Maßnahmen betroffen. Und leider, leider, leider gibt es hier keine Aussage dazu, wie viele Kinder denn tatsächlich durch Suizide gestorben sind. Denn wenn sich die Zahl vervierfacht oder mehr als vervierfacht von den Suizidversuchen, naja, ganz im Ernst, dann muss man sich einfach auch fragen, wie viele sind denn tatsächlich gestorben. Dann werden wahrscheinlich auch viermal so viele gestorben sein. Und dann haben wir hier 14, die durch Corona sterben. Und vielleicht doppelt, drei, vier, fünfmal so viele, die durch Suizide durchsterben. Und auch mal zum Thema hier zu seiner Angabe. Da werden so viele Menschen gestorben in den USA. In den USA sind von 2020 auf 2021, beziehungsweise halt dieses Jahr 2020 bis 2021, das erste Pandemiejahr, sagen wir einfach mal so, sind an und mit Corona genauso viele Menschen gestorben wie durch Rauchen. Ja, wie durch Rauchen. Also, die Pandemie ist so gefährlich in Anführungsstrichen und belastet das Gesundheitssystem so extrem, dass es genauso ist wie Rauchen. Also, ich meine, es ist nicht nur so, dass Rauchen in Deutschland und den USA erlaubt ist. Es kann sogar noch immer teils beworben werden. Es gibt keine Lockdowns für Raucher. Es gibt keine, es gibt kein Rauchverbot in dem Sinne. Ja, es fordert keine Angebung oder irgendwelche Sachen, dass Raucher mehr für die Krankenkasse zahlen sollten. Die gibt es nicht. Und ich meine, ich finde das einfach mal sehr bezeichnend. Denn was sagt es denn tatsächlich über eine Politik und über diese Leute tatsächlich aus? Ja, ich meine, es zeigt auch wirklich, in was für einer absolut kranken, kranken Welt wir mittlerweile leben. Und ja, wie es ja auch wirklich einfach absolut nicht um Corona geht, sondern einfach um Kontrolle. Es geht um Macht und es geht um Kontrolle. Ja, warum fordert dieser Holdcheck hier nicht, dass sich Raucher an den Behandlungskosten ihrer Rauchschäden beteiligen müssen? Ja, wir haben genauso viele tote Raucher wie Corona-Tote. Und da muss man noch sagen, die Leute, die an und mit Corona sterben, sterben vermutlich zu 50 Prozent nicht an Corona, sondern an anderen Sachen. Denn wir erinnern uns so, in der Regel haben die meisten Corona-Toten mehr als drei oder drei bis vier Vorerkrankungen im Durchschnitt. Und sie sind 83 Jahre alt. Und, naja, mit 83 stirbt man ja nicht nur so an Corona, das stirbt man ja auch so an ein paar anderen Sachen vielleicht. Und es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Das ist der Bayerische Gesundheitsminister der CSU. Und bei einem Verstoß gegen die allgemeine Impfpflicht nicht nur Bußgeld zu verhängen, sondern auch finanziellen Nachteile bei der Krankenversicherung zu erwägen. Mittlerweile wurde er, glaube ich, auch schon wieder kaltgestellt, weil eben viele sagten, das ist nicht, das geht in keiner Richtung klar. Aber auch das Thema kann wieder kommen und wir haben ja schon so gesehen, wie sich sowas zunehmen ganz schön entwickeln kann. Und auch hier haben wir wieder eine Extremisierung der Politiker. Ja, dann haben wir auch sowas wie Söder. Ich meine, er ist ja einfach schon so der oberste Extremist, zumindest in Bayern, im Landtag. Vielleicht auch in ganz Deutschland. Ich weiß es nicht. In deutschen Landtagen. Also ich habe keinen gesehen, der extremere Meinungen vertritt als Söder. Und ich glaube, der übertrifft sogar noch die Österreicher, die komplett krank sind. Und ja, dann schreiben auch manche zum Beispiel, dieser Vorschlag passt in totalitäre Regime. Aber nicht in unsere Verfassungsordnung. Sagt, wer sagt er das? FDP, Fraktionsvize, wer auch immer. Ja, dann gibt es natürlich auch noch krassere Leute. Zum Beispiel solche Leute wie Macron. Ich schicke euch nicht in den Knast, aber ich will sie schikanieren. Ich will sie wirklich schikanieren. Er will Ungeimpften das Leben schwer machen. Ja, also es geht ja hier nur um Gesundheit. Es geht ja nur um euch, dass ihr sicher seid. Und hier geht es nicht um Macht, hier geht es nicht um Hass, hier geht es nicht um Extremismus oder quasi so die Auflösung jeglicher demokratischen Strukturen. Hier geht es nur um Gesundheit. Hier geht es absolut nur um Gesundheit. Ja, hier wird auch nochmal betont, ich werde sie nicht ins Gefängnis stecken, ich werde sie nicht zwangsämpfen. Aber die Botschaft der Regierung muss da lauten, ab dem 15. Januar könnt ihr nicht mehr ins Restaurant gehen, ihr könnt keinen Rotwein mehr trinken, ihr könnt nicht mehr Kaffee trinken gehen, ihr könnt nicht mehr ins Theater gehen, ihr könnt nicht mehr ins Kino gehen. Ja, also, man kann dazu sagen, ich glaube, dazu gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich glaube, dazu gibt es einfach echt nichts mehr zu sagen. Und ja, plötzlich zögern die Politiker und die Regierungen doch so ein bisschen, denn europaweit sind mittlerweile so gigantische Demonstrationen ausgebrochen. Wir dürften uns mittlerweile so bei, in einer Größenordnung von ungefähr einer Million Menschen oder sogar mehr befinden. Und zum Thema Corona-Demonstranten. Wir haben in Deutschland knapp 200.000 und es gibt auch Leute sogar aus der CDU, die sagen, Wartes kritisiert Berliner Polizei wegen Corona-Demo-Zahlen. Bei Dresden ist CDU, Bundestagsabgeordneter, wirft der Polizei die dreiste Kleinrechnung so wie Regierung und Medien tauschal das Versagen vor. Ja, wir haben hier einen Politiker, der sagt, die Corona-Zahlen, die Protestzahlen sind langgerechnet. Das ist interessant zum Beispiel, denn, ja, genau. Die Berliner Polizei, das war übrigens hier noch 2020, August übrigens, da gab es 20.000 Demonstranten. Gut, die Veranstalter beharen auf 1,3 Millionen, um das belegen zu können. Die Sache ist natürlich jetzt mal die, er zieht hier, und das ist meiner Meinung nach auch ziemlich gerechtfertigt, die Vergleiche zu DDR, denn wir hatten, und ich habe natürlich wieder was Schönes gefunden, auch damals, ähm, ne, wo haben wir hier das Ganze, Sekunde, Fehlerquotik bei 30%, wo haben wir jetzt mit der DDR mal nochmal, habe ich es ja gar nicht, na, ich habe es nicht gefunden, oder, Sekunde, Asylfunktion DDR, ach genau, hier haben wir es, sorry, ich habe es schon. Ähm, Berlin-Alexanderplatz, 400.000 oder eine Million gegen die DDR-Führung. Zahlen sind politisch. Ha, you don't say. Was steckt hinter dem Kampf um die große Zahl, und wie missten eigentlich so viele Menschen noch so in den Raum? Ja, ähm, da ging es einfach auch um diese XXL-Demonstrationen, waren es 20.000, waren es 1,3 Millionen. Ähm, ähm, ja, das sind einfach Sachen, äh, Sachen, die man sich wirklich, ähm, fragen muss, was geht da eigentlich da überhaupt ab? Und ich meine, es gibt einfach auch schon Politiker, die sagen, hey, es ist einfach Bullshit, was ihr macht, und sogar ein Politiker aus der Regierungspartei, also, wo man sich so denkt, okay, hey, der Politiker müsste ja eigentlich sogar ein Interesse daran haben, die, äh, die, die Corona-Zahlen, äh, die Demo-Zahlen kleinzureden. Aber wir sagen jetzt sogar, nein, es ist falsch, es sind mehr. Ja, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich muss auch immer, immer wieder und immer öfter einfach den Vergleich zur DDR ziehen, denn, ähm, wir haben es mittlerweile einfach so das gleiche Ding. Ich meine, wir haben tausend Demos an einem einzigen Tag, ja, tausend Demonstrationen im ganzen Land. Und das ist gut und das ist richtig. Und ich bin auch der Meinung, jeder sollte da mitgehen, der die Möglichkeit dazu hat. Ähm, ja, aber wie viel sind es denn tatsächlich? Und die Sache ist einfach die, es ist keine Demonstration mehr, wo die Zahlen wirklich entscheidend sind, denn die Entscheidung, bei der Demonstration mitzumachen, wird nicht anhand der Teilnehmerzahlen getroffen, sondern anhand dessen, wie hoch der persönliche Leidensdruck ist. Und wenn ich heute zum Beispiel jetzt irgendwie mega angepisst werde, von was auch immer, von Politik, Menschen, was auch immer, dann gehe ich raus und ich gehe demonstrieren. Und dann ist es mir vollkommen egal, ob da zehn Leute stehen oder 100 oder 188.000. Das spielt keine Rolle. Und ja, dann geht es auch zum Beispiel mal weiter, das ist bei mir in der Nähe. Und wir sehen hier zum Beispiel solche Sachen wie, ja, Maßnahmen gegen die Verbreitung von Omikron, dann wird zum Beispiel ein Alkoholverbot erlassen. In einem Landkreis. In Bayern. Natürlich in Bayern, logischerweise. Ähm, in weiten Teilen von Miesbach und Holzkirchen gilt jetzt ab, äh, gilt ab jetzt Alkoholverbot ab 16 Uhr. Ja, also, das ist gut zu wissen, denn Corona verbreitet sich erst nach 16 Uhr und erst, wenn ihr halt eben eine Flasche Bier in der Hand habt und nicht vorher. und da geht es natürlich auch nicht in irgendeiner Art und Weise um Symbolpolitik oder um, hey, wir machen irgendwas, hey, wir probieren einfach auch mal aus und hey, die große Politik, die kann hier alles Mögliche machen, sagen und einschränken und die Leute machen es einfach blind und blöd. Nee, hier macht man es einfach auch mit dem Kleinen, man probiert es einfach mal so. Einfach mal Alkoholverbot ab 16 Uhr. Und dann ist es auch zum Beispiel hochinteressant. Es ist, äh, zum Beispiel in gewissen Städten und in gewissen Gemeinden und an gewissen Orten. Du darfst bei der Gleisunterführung kein Alkohol mehr trinken. Oder am Bahnsteig. Oder am Vorplatz. Oder im Park. Wenn ihr 10 Meter neben dem Park angeht, ist es wieder okay. Wenn ihr aus der Gleisunterführung rausgeht, ist es okay. Wenn ihr auf dem Stadtplatz seid, ist es nicht okay. Wenn ihr in die nächste Straße reingeht, ist es okay. Also ich glaube einfach, man sollte den Leuten auch wirklich, die immer noch zweifeln, dass das Ganze hier ein totalitärer Wahnsinn ist, die es nicht glauben, einfach mal diese Sachen und diese Fakten zeigen. Und vielleicht ist es auch so in der Richtung, was damals auch dieser berühmte KGB-Agentler damals mal gesagt hat, dass die meisten Leuten, also da ging es zwar um Kommunismus, aber dass die meisten Leute erst anfangen werden zu verstehen, wenn sie einen fetten Militärstiefel in ihrem Arsch drin haben. Beziehungsweise wenn sie halt eben erst mal einen richtigen Arschstritt bekommen haben von einem Militärstiefel. Und ich glaube, dass es einfach auch in Deutschland bei den meisten Menschen so ist. Ja, ich habe noch verschiedene Sachen. Ich muss gerade mal schnell... Oder kann ich das einfach mal aufmachen? Ich weiß nicht, ob das gerade schlau ist oder nicht. Ich mache die einfach mal auf. Claudia Roth. Genau. Das war ja wirklich so der Oberhammer. Die Menschen protestieren gegen... Achso, nee. Die Gründe für die Unzufriedenheit der Bevölkerung liegen tiefer. Sie sind vielschichtig. Die Menschen protestieren gegen eine autoritär regierende Elite, die in den letzten 30 Jahren überwiegend Selbstbildungen betrieben hat. Die Folgen sind offensichtlich. Krasierende Korruption, Vetternwirtschaft, Missmanagement, Inkompetenz der Verantwortlichen und zunehmende Einschränkungen von politischen und bürgerlichen Freiheitsrechten. Das Recht der Menschen auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit wird in diesen Tagen in Kasachstan mit äußerster Härte mit Füßen getreten. Und da denke ich gerade so, wait, was? Kasachstan? Ich dachte, wir reden hier von Deutschland. Nee. Solche Leute wie Claudia Roth, die finden das extrem schlimm, wenn es exakt gleich wie in Deutschland in anderen Ländern passiert. Aber in Deutschland ist es zum Beispiel okay, denn hier profitiert man ja einfach selbst davon. Und so ist es eben mit Sozialisten. Das war schon immer so. Totalterrorismus ist immer böse in anderen Ländern, aber im eigenen Land ist es okay. Ja? Da hat man ja Nutzen davon. Und alles, was sie hier beschreibt, sind genau diese Sachen, die wir in Deutschland haben. Exakt die gleichen. So, was habe ich sonst noch? Genau, das tut nichts zur Sache. Ja, Censorship ist der Tool used when the lie loses its power. Also, Censure ist eben das Werkzeug, wenn die Lügen ihre Glaubwürdigkeit verlieren. Was haben wir sonst noch alles? Impfangst trifft Umsturzfantasien. Ja, ich frage mich immer noch, wie kann man bei Querdenken von Extremisten sprechen? Ich finde Querdenken eigentlich bei weitem zu friedlich persönlich sogar. Ich meine, sie erreichen ihr Ziel definitiv, aber ich bin persönlich kein Fan von Querdenken, weil die sind einfach, die reden, die demonstrieren, die laufen, aber ich bin der Meinung, wenn man wirklich einen Umsturz will, dann funktioniert das nicht so. Also, mit ein bisschen rumgehen und ein bisschen was reden, ein bisschen quatschen und so, da passiert nichts. Ja, das ist einfach so. Ja, hier auch mal ein interessantes Zitat. Wenn eine Regierung definieren kann, wie weit die Kritik an ihr gehen darf, dann ist die Kritik nichts wert und die Meinungsfreiheit eine Illusion. Kann man so schreiben. Ja, auch hier wieder ein Grand-Example von dem Innenminister oder der Innenministerin. Härtere Gewalt, sorry, Härte gegen Gewalt, also Gewalt gegen Gewalt und ich meine, wir wissen, sowas passiert. Hier wird Wind setz, wird Sturm ernten und ich meine, in Kasachstan sehen wir schon, wie Sturm ernten aussieht. Das ist gar nicht mal so geil für die Regierung und relativ wenige Leute können relativ schnell das ganze Land stürzen. Es gibt die 3,5%-Regel, allerdings sind das bei weitem nicht so viele, die es tatsächlich braucht. 3,5% der Menschen reichen, um eine Regierung zu stürzen. Das ist ein Fakt. Beziehungsweise, um unter Umständen sogar Bürgerkrieg anzuzetteln. Und erinnert euch, aktuell werden 30% der Bevölkerung ausgegrenzt und deren Hass wird immer weiter aufgestachelt gegen die Regierung von der Regierung. Und überlegt mal, wenn 30% der Menschen sich extremisieren würden, wenn es tatsächlich der Fall wäre oder wenn die Politik noch mehr dafür tun würde, dass genau das passiert. Überlegt mal, was dann passieren würde. Genau, auch mal hier interessant, eine Versammlung im Sinne dieses Gesetzes ist eine ortsfeste oder sich fortbewegende Zusammenkunft von mindestens zwei Personen zur gemeinschaftlichen oder auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichteten Erörterung oder Kundgebung. Das muss man sich hier wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Haben sie gerade ernsthaft von einem offiziellen Polizei-Account aus kommuniziert, dass man sich zu zweit nicht mehr über gesellschaftlich relevante Themen unterhalten darf, sobald man sich in der Öffentlichkeit bewegt, weil das bereits eine Versammlung definiere. Eine kommentiert darunter, exakt das steht da. Jetzt denkt ihr euch, das hat er ja nur irgendwie blöd formuliert oder so. Es hat er einfach nur blöd formuliert. Ja. Das hat er einfach nur blöd formuliert. Etwa zehn Personen von der Polizei eingekesselt. Mehrere Personen sind am asiatischen Restaurant vorbeigelaufen, als sie überraschend von der Polizei festgesetzt wurden. Hm. Die Beamten seien an Schutzmontur aus Einsatz gesprungen. Das gibt keinen Sinn. Und hätten sie ohne ersichtlichen Grund eingekesselt. Etwa zehn Personen waren im Kessel. Ja. Zehn Personen. Wo war das eigentlich? Okay, sie waren in Wannheim. Laut dem Polizeisprüche bla bla bla. Es habe sich um Teilnehmer einer unangemeldeten Versammlung gehandelt. Wenn zehn Menschen zusammen durch die Gegend laufen, dann ist das eine unangemeldete Versammlung. Hochinteressant. Sie seien als solche erkannt worden. Es könnte auch Unbeteiligte unter ihnen geben. Aha. Ein junger Mann sagt, es sei von den Polizisten festgesetzt worden, ohne zu wissen, weshalb. Trotz seiner Beteuerung, es sei bei keiner illegalen Versammlung dabei gewesen, bekam er ein Bußgeld. Man könnte hier fast schon von Willkür reden, ja? Von solchen Sachen wie bleibt doch einfach drin, wenn ihr kein Bußgeld wollt. Bleibt doch einfach drin, bleibt zu Hause, sperrt euch ein. Ihr habt hier draußen eh nichts zu suchen. Kennen wir übrigens von so einigen Diktatoren, die gar nicht mal so geil waren oder sind, aber mit solchen Leuten will man immer nicht in Verbindung gebracht werden, denn, ja, ist halt ein bisschen schlechte PR und so. Genau, er äußerte das in der Unmut über die empfundene Schikane, die Bullen seien die Schweine. Ja, und genauso schafft man sich ähm, Leute, so schafft man im schlimmsten Fall Terroristen. Ähm, das haben zum Beispiel die Amis gefühlt oder spüren dürfen zum Beispiel ähm, bei den Taliban, dann, oder nicht nur bei den Taliban, im Prinzip eigentlich überall, wo die einmarschiert sind, denn, wovor kein Extremismus und kein Radikalismus und kein Terrorismus bestanden hat, nach ein paar Jahren oder wenn die halt eben abgezogen sind, gab's plötzlich Terrororganisationen, die sich da gebildet haben. Und, warum nur? Vielleicht, weil die Amis halt einfach ziellos irgendwelche Leute erschossen haben oder irgendwie genötigt haben, sich auszuziehen oder was auch immer. So schafft man sich Regierungsfeinde. Ähm, eine Frau gab an, mit ihren Hund Gasse gegangen zu sein, als sie von der Polizei eingekesselt wurde. Da fragt man sich einfach nur so, what the fuck? Ja, also, wir sind in Deutschland einfach an dem Punkt, wo du nicht mal mehr rausgehen kannst, ohne Angst zu haben, äh, von irgendwelchen, äh, Psychos, äh, niedergeprügelt zu werden, äh, oder irgendwie eingekesselt zu werden oder sonst irgendwas. Und, wir sind einfach an dem Punkt, wo eigentlich keine Ausgangssperre gilt, aber effektiv es zu gefährlich ist, rauszugehen, äh, weil man halt irgendwie von der Staatsmacht dann einfach niedergeprügelt werden kann oder, oder andersweitig, äh, einfach mal irgendwie 1000 Euro Bußgeld kriegen kann, obwohl man nichts falsch gemacht hat. Und übrigens, ähm, diese Bußgelder kann man alle, nahezu alle wirklich anfechten, geht ohne Plakate auf die Straße, ich habe, glaube ich, habe ich das sogar irgendwo, oder? Sekunde, wo haben wir das Ganze? Ach ja, genau, hier 5.1. Ne, das wollte ich auch nicht, das wollte ich auch nicht, okay, ich habe es gerade nicht da, ähm, auf jeden Fall, da hat ein Anwalt oder auch Politiker haben da Tipps gegeben, Nummer 1, pullt keine Parolen, Nummer 2, nimmt keine Transparente mit, Nummer 3, geht nicht mit Fakkeln oder irgendwas auf die Straße, das macht keinen guten Eindruck, Nummer 4, beantwortet der Polizei keine Fragen, Nummer 5, unter Umständen, wenn ihr dazu bereit seid, nehmt keinen Ausweis mit, denn, ähm, wenn hunderte, tausende Menschen ohne Ausweis da sind und die Polizei jeden auf die Wache mitnehmen muss, das funktioniert nicht und das können die nicht mehr machen irgendwann, also idealerweise kein Ausweis, und das Ganze geht vor Gericht und der Tatbestand ist folgender, es wird gesagt, der Mensch war am 5.1. draußen auf dem Marienplatz, spazieren. Das Gericht wird sagen, welche Indizien haben sie, dass sie, ähm, dass der auf einer Demo war, dass der bei einem, bei einem, bei einem, was auch immer dabei war, bei einer unangemeldeten Demo und so weiter, der Polizist wird sagen, nichts, keine. Tja, und die Verhandlung ist dann wahrscheinlich auch ziemlich schnell beendet. Das heißt, die ganzen Sachen, die ganzen Bußgelder, ihr müsst, glaube ich, effektiv keine Angst haben. Viele Anwälte sagen, habt keine Angst vor den Bußgeldern, sie haben vor Gericht keinen Bestand. Geht vor Gericht, wehrt euch nicht, macht das Ganze mit, aber es wird vor Gericht keinen Bestand haben. und auch die Polizisten wissen das. Den Polizisten ist es vollkommen klar und auch die Polizisten sind immer mehr angepisst von ihrer aktuellen Lage, dass sie hier einfach die ganze Scheißarbeit machen müssen und, äh, einfach so das Schutzschild für irgendwelche kranken Politiker spielen müssen und die haben auch schon langsam keinen Bock mehr. Ja. Also, ich kann nur ganz ehrlich sagen, hab davon keine Angst. Don't give up, don't give in. In jeglicher Hinsicht. Und es zeigt seine Wirkung. Es zeigt mehr und mehr seine Wirkung. Und die positive Wirkung von diesen Demos ist wirklich mehr als mehr als gut, mehr als positiv. und es wird nur ein bisschen dauern, aber mit jedem Einzelnen, der wirklich dann mehr drauf geht und so, also der mehr hingeht zur Demo, also auf Demos geht, ähm, wird das Ganze mehr und besser und schöner und, äh, wir werden das Ganze wieder, wie soll man sagen, wir werden auf diese Art und Weise wieder in der Normalität finden. Genau. Ja, Lauterbach extremisiert, extremisiert sich auch täglich gefühlt einfach immer mehr und immer weiter. Ähm, ja, seine ganzen Maßnahmen, die er aktuell will, wie zum Beispiel 2G Plus und was weiß ich alles, die sollen inzidenzunabhängig gelten, das heißt, auch im Sommer bei der Inzidenz von 1 oder 0 sogar gibt's Maßnahmen. Auch ohne Corona gibt's Corona-Maßnahmen. Das genau sagt er aus. Und, ja, wir haben auch in anderen Ländern die Extremisierung von Politikern. Man muss sich wirklich mal so überlegen, was die Leute einfach... Ich meine, schau doch mal diese ganzen Affen hier an. Was die hier wirklich mitmachen. Das ist doch einfach nur noch krank, oder? Du kannst wirklich Leute dazu bringen, einfach alles zu machen. Und sie wehren sich nicht. Hier haben wir zum Beispiel die Frau, die ist ja mittlerweile weltbekannt, die Frau. Ja. die hat auf Facebook Kommentare geschrieben gegen Corona-Maßnahmen und gegen Corona und so weiter. Und in Australien wurde die dann festgenommen dafür. Ja. Genau. Australien war mit der Gefängnisinsel und so weiter. Polizei in den Wohnungen und sie ist schwanger und so. Da werden auch mal Polizeihubschrauber eingesetzt um Versammlungen oder um wie soll man es überhaupt nennen? Einfach drei Leute zu erkennen, die sich irgendwo auf einem Dach rumtreiben. Nicht mal gesetzeswidrig, sondern einfach nur, das sind um halt halbwegs sicher wie auch immer was soll man zu sagen eigentlich? Es ist übrigens kein Champagnenwasser spritzen, sondern einfach irgendwie Pfefferspray. Ja. Und dann haben auch solche Sachen wie zum Beispiel Soldaten und das Gesundheitsamt beziehungsweise hier ist ein Polizist oder vielleicht ist es auch ein Gesundheitsamt, bin mir nicht sicher, ob die hier irgendwie so eine Ausrüstung haben. die hier zum Beispiel durch die Gegend laufen und sagen, sie müssen in Quarantäne. Ja. Man hat keine Möglichkeit, sich die Quarantäne zum Beispiel in Australien zu entziehen. Genau. Da wird zum Beispiel auch einfach in eine Kirche gestürmt und so weiter. Wo haben wir noch unsere Camps? Die Camps wollt ihr natürlich auch noch sehen mit Sicherheit. Wo haben wir das Ganze? Auch die hier zum Beispiel wird gefragt, wie man von einem Bundesstaat und dem nächsten kommen kann. Auf legal oder auch weiß ich nicht welche Art und Weise. Sie wird nach diesem Twitter-Tweet verhaftet. Aufgrund von einem Tweet. Ja. Sie ist quasi mit dem Sohn unterwegs. Sie hat Angst, dass sie nicht mehr nach Hause kommt. Und da gibt es zum Beispiel solche Sachen. Wisst ihr, gibt es auch noch solche Leute? Da gibt es solche Leute, die sind da und die petzen sofort. Gleich mal Polizei markieren. Gleich mal sagen, was sie macht, ist illegal. Was auch immer. Schon nach dem Motto, nehmt sie sofort fest. Ja. Also da muss man sich wirklich nur noch wundern. Genau 1100 Tode. Das sind so viele Prozent der australischen Bevölkerung, die aktuell angestorben sind. Und die Leute sind einfach, wie sie einfach bereit sind, alles zu machen, ist unglaublich. Aber auch Australien, trotz der extremen Maßnahmen, trotz der ziemlich starken Polizeigewalt, die dort vorherrscht, sie sind bereit zu demonstrieren. Und sie sind bereit, viele Sachen zu machen. Genau, dann haben wir noch irgendwo diese Camps, die kommen, sind nicht hier drin. Ich habe jetzt gerade nicht genau das passende gefunden, auf alle Fälle sieht man hier aus dem Hintergrund das Bild auf der rechten Seite von diesen Camps. Ich meine, man kann auf YouTube dazu leider nicht so viel finden. übrigens auch Deutschland hat die mittlerweile schon gebaut. Allerdings haben die irgendwann davon abgesehen, beziehungsweise sie sind noch nicht so weit gegangen, dass wir hier genauso krass agieren werden und einfach die Leute in Camps abgeschoben werden. Da gibt es Länder, die machen das, zum Beispiel Australien. Haben wir das hier, von wann ist das? Das ist relativ aktuell haben wir hier unsere Corona Camps. Ja, finde ich hochinteressant, denn die Corona Camps, wenn hier schauen wir irgendwie auf YouTube, hier gibt es keine Videos mit den Corona Camps oder Quarantine Camps. Heißen die vielleicht so? Vor 10 Monaten Quarantine Camps Australia wird man irgendwas dazu finden. Ach genau, hier haben wir das Ganze. Hier haben wir zum Beispiel diese Camps. Man bekommt hier quasi alles mögliche. Das muss man sich hier wirklich mal so vorstellen, so sieht das Ganze aus. Also es sind wirklich Camps, die gebaut werden und da wird man gegen seinen Willen festgehalten. Das muss man sich einfach wirklich mal vorstellen, was da abgeht. Genau, mit Maske und Face Shield und sie müssen alles mit sich machen lassen, was die Regierung sagt. Alles. Einfach alles. Sie können sich nicht weigern, irgendwas in irgendeiner Art und Weise nicht zu machen. Sie müssen dahin, wenn sie nicht dahin gehen, die Menschen in dieses Camp, werden sie abgeholt. Da kommt dann eben so ein Bus mit Polizisten und so weiter und die werden einfach in den Bus gepackt. Ich finde das immer so geil. Maske 1, Maske 2 und noch Face Shield, Maske 3 quasi. Wow. Ich meine, die müssen sich halt schon wirklich richtig krass fühlen. Also, die müssen sich krass fühlen. Und dann kochen die da und haben einfach gar nichts auf, wisst ihr? Holy Shit, Alter. Ja, also ihr seht auf alle Fälle, der Weg wird krass. Der Weg ist jetzt schon krass und ja, die Extremisierung findet halt eben auf vielen Schichten statt. In vielen Ländern, auf vielen Schichten und auch in Deutschland auch ganz extrem. Und das ist einfach ein Thema, wo man darüber reden muss, denn das ist wichtig.